Ja, hallo, heute in meinem neuen Video habe ich etwas zu berichten. Ich werde seit mehreren Monaten psychisch terrorisiert, es wird psychische Gewalt angewendet, ich habe kein Recht meine Familie zu sehen, obwohl ich das Recht habe, beziehungsweise wir das Recht als Familie, das Recht haben als Familie zusammen zu sein. Es wird hier das Grundrecht der Europäischen Union Artikel 7, Achtung des Privat- und Familienlebens seit mehreren Jahren missachtet. Es wird hier psychische Gewalt angewendet, auf verschiedene Art und Formen. Hier zum Beispiel ist das Videospiel, ich versuche hier das ein bisschen schärfer einzustellen, man sieht es ein bisschen unscharf, aber wenn man sich das Video auf dem Team Markus Kanal anschaut, kann man es schärfer sehen. Hier steht sauber, dass du die Inniative ergreifst und mich einfach so lockig, flockig anstupst, Bosi. Es ist so, dass ich die Mutter meines Jüngstes Sohnes so kennengelernt habe, ich habe sie auf Facebook angestupst, weil man sie mir vorgeschlagen hat, und sie hat mir dann geschrieben, hier werde ich hier erinnert und psychisch terrorisiert. Das sind auch andere Beispiele hier, die ich noch in der nächsten Zukunft hier auch aufzeigen werde. Diese psychische Gewalt führt zu einer psychischen Belastung, vor allem auch, weil ich keinen Kontakt haben darf zu meiner Lebensgefährtin beziehungsweise zur Mutter meines Jüngsten Sohnes und dies ist eine Verletzung der Grundrechte Artikel 7, Achtung des Privat- und des Familienlebens und es ist verfassungswidrig. Ich werde hier gegen vorgehen und die österreichische Verfassung schützen, weil es sind hier auch noch andere Vorfälle, die verfassungswidrig sind, die passiert sind und hier ein Eingriff in die natürliche Lebensführung ist und eine natürliche Lebensführung unmöglich machen und das Tun und das Handeln beeinflussen. Ich hoffe, ihr werdet mich hier weiter auch in diesem Fall unterstützen und euch meine Videos anschauen. Ich werde nicht aufgeben, ich werde weiter für meinen Sohn Videos machen und hier weiterspielen. Ich werde mir was einfallen lassen, was ich mache, damit ich keine manipulierten Videospiels habe, sondern dass ich hier Spiele spielen kann, die einfach so sind, wie sie sein sollen, ohne dass sie manipuliert werden, weil dies hier einfach verfassungswidrig ist und psychische Gewalt ist und diese psychische Gewalt ist verfassungswidrig, weil sie die natürliche Lebensführung beeinträchtigen und nicht nur meine natürliche Lebensführung, sondern auch die natürliche Lebensführung meiner Mitmenschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich natürlich auch weiterhin auf ein Abo. Bis dann, gut, tschüss!